Wir machen jetzt hier so Getting-Ready-Karmotten-Shots in diesem Zeug. Wer braucht Stücke? Du? Brauchst du noch welche? Aber tu die Brille oben rauf und geht mal so eng zusammen, wie ihr könnt. Jetzt bin ich locker und einfach über den Sprung reden. Ich glaube, mit dem Elternwerden kommt auch eine gewisse Dankbarkeit immer mehr zum Ausdruck. Je mehr Erinnerungen man hat, was haben wir schon unglaubliche Sachen erlebt. Action! Mein Vater war ein Top-Sportler in der nordischen Kombination und hatte aber schon ein Geschäft gehabt in München. Das ganz junge Mann, der war 20. Die Kombination meiner Eltern war fantastisch. Der Aktivsporten, die Ästhetik kam zusammen. Willi Bogner, der Name klang wunderbar und das war der Inbegriff der Olympischen Spiele 1936. Wir schwören bei den Olympischen Spielen ehrenhafte Kämpfer zu sein und die Regeln der Spiele zu achten. Wenn man sich vorstellt, eine Firma rüstet seit 1936 alle Mannschaften aus in den Winterolimpern. Was sich da an Entwicklung, an Formen, an Schnitten, an Farben ergeben hat, das ist einfach irre. Natürlich ist es toll, dass die Firma Bogner auf dem Lebensgefühl basiert, das meine Eltern definiert haben. Und das ist halt sportliche Qualität. Bis wir sechs waren, waren wir in Walchsee, Tirol. Da haben wir nicht sehr viel mitgekriegt vom Krieg. Es war wunderschön. Mein Vater, der ging fischen und hat die ganzen Forellen ausgetauscht gegen einen wunderschönen Stoff. Und da konnte man schon einen Mäntel machen. Wir hatten auch ein Manneker, das wurde dann sehr mit Bogner verbunden, die Elfi. Und sonst, es gab keine Profession Modelle, darum wurde die ganze Verwandtschaft als Modell hergenommen. Das war eine geniale Idee meiner Mutter, als diese elastischen Stoffe erfunden wurden, die auch warm waren. Das hat einem ermöglicht, näher an den Körper zu schneidern. Und die haben wirklich ganz toll das hingekriegt, dass eben gerade die Frauen in diesen engen Hosen so toll und sexy aussahen. Und das war damals schon was Besonderes. Da war ich noch ein Bub. Da habe ich schon gewusst, Bogner, das ist der Rolls-Royce unter den Winterbekleidungen. Und meine Eltern haben dann echt die Farbe reingebracht. Die gab es dann gelb und pink und so weiter. Und gerade die Amerikaner hat das sehr beeindruckt. Es ist schon toll, wenn ein Name für einen ganzen Begriff steht, für die Gattung Keilhosen. Zu dieser Zeit haben wir die Mini-Röcke mehr Eindruck gemacht, als die Keilhosen. Eine neue, absolute, beste Zwischenzeit wird gewendet. Das war Nummer 25, Willi Bockner, Restdeutschland. Dass man das klassische Lauberhorn-Rennen mal gewinnt, ist sensationell. Aber gerade das als ein 17-Jähriger schon zu schaffen, das war für mich natürlich der Durchbruch in die Weltspitze. Willi und ich sind ja die einzigen Deutschen, die das Lauberhorn-Rennen gewonnen haben. Ich freu's natürlich sehr, dass der Markus Waasmeier das dann auch... Ich muss ihm leider immer sagen, er hat ja die verkürzte Opfer gefahren. Er hat ja recht, aber gerade bei dem Nebel und bei dem Schneetreiben, wie wir's gefahren sind, heute hätten wir das abgesagt. 6, 2, 24... Lustig ist ja schon, dass der Willi für die Hälfte der Strecke genau so viel Zeit brauchte, wie der Waasmeier für die ganze Strecke. Also mein Vater hat zu meinem Sieg natürlich einen guten bayerischen Ausdruck gebraucht. Er hat gesagt, du Hundling! Für alle Journalisten, unbegreifbar. Und haben gesagt, wo geht man denn hin? Kennt ja keine Seele. Dann hab ich gesagt, den werden sie gleich kennenlernen. Ein paar Wochen später war er am Start für den Olympischen Slalom ins Four Rally. Wir haben noch die eigenen Ski gewachselt. Er hat mir auch Tipps gegeben zum Wachseln und so, weil der hat es schon ein bisschen länger gemacht. Mit dem ja hängen! Die Kanten zeigen, das war eine große Kunst. Aber wir hatten wenigstens keine Ausrede gehabt. Wenn wir gewachselt haben, waren wir selber schön. Es wird ernst. Willi Bogner, die Hoffnung der Deutschen. Der 18 Jahre alte Gymnasiast legt einen herrlichen Lauf hin. Und Bogner führt mit einer Sekunde Vorsprung. Dann fällt die Entscheidung. Noch scheint alles gut zu gehen. Der Luki Leitner hat mir auch die richtigen Ausdrücke gefunden. Er hat mir dann gesagt nach dem Stütz, du Aff, du Blöder. Aber Willi Bogner gibt nicht auf. Obwohl er weiß, dass alle Medaillenaussichten verloren sind. Das Wichtigste für mich, was ich in meiner Sportlauffahrung gelernt habe, ist, dass man mit Niederlagen umgeht. Weil man verliert ja viel öfters, als man gewinnt. Aber man denkt immer, aha, da kommt ein neues Rennen, dann fängt es wieder von Null an. Und die Einstellung, die ist halt für alle wichtig. Auch im Leben sonst oder im Unternehmen. Dass man sich von den Rückschlägen einfach nicht ermutigen lässt. Also ich fand damals, er kann nicht gewinnen. Das muss er nicht. Die Madl hätten immer gewusst, wo der Bartl am Most holt. Bogner trägt die Niederlage mit Fassung. Aber ich war 18 und hab gedacht, euch krieg ich schon mal. Kommen ja noch mehr Spiele. Das hat dann leider nicht mehr so geklappt. Aber immerhin hast du schon mal die Weltspitze um eine Sekunde abgehängt. Der Willi hatte den Zugang zu den Athleten mit seiner eigenen Kamera. Da wusste ich auf die Kamera bei und hab gesagt, wenn ihr mir die Filme bezahlt, weil die waren damals teuer, dann film ich für euch. Und ich hab ihm freie Hand gelassen. Ich hab ihm nichts diktiert, sondern ich hab nur gesagt, Willi, halt drauf. Der Harry Valerian hat mir die erste Chance beim Fernsehen gegeben. Das ist das Größte, wenn ein Film vorher im Fernsehen läuft. Wie man einen Film vertont oder schneidet, das hab ich dann erst im Fernsehen dazugelernt. Ich war ja nie in irgendeiner Filmschule. Das Leben hat das mir beigebracht. Aber das Filmische hat er dann von sich aus weiterentwickelt. Dazu brauchte er mich gar nicht. Mein Vater hatte eine Jagdreise in Himalaya organisiert und ich durfte mit und hab dann einen Dokumentarfilm gemacht über diese Reise. Und dann lag es natürlich nahe, denen als Vorfilmfilm das Kino zu versuchen zu platzieren. Und dann hab ich meinem Vater überredet, dann machen wir halt einen Kinofilm dazu. Dann können wir deinen Jagdfilm eigentlich auch einem großen Publikum zeigen. Und so haben wir es dann gemacht. Diese Choreografie, die wir da gemacht haben, die wir dann in farbigen Anzügen zu bestimmten Musiksequenzen inszeniert haben, das war eben auch ganz neu. Also das hatte man noch nie gesehen. Und insofern war das Skifaszination auch eigentlich ein riesen Erfolg. Ja, meine Mutter war natürlich immer darauf bedacht, dass ich die Firma nicht so ganz links liegen lasse. Und ich hab mich dann sehr mit Werbung beschäftigt und das hat ganz gut funktioniert. Weil ich sehe, auch die Präsentation von More genauso wichtig ist wie die More selber. Wir wussten so klein, die Leute, die wir sehen, die wollen nicht so viel lesen. His cinematography was always beautiful. Just amazing. Was very inspiring to write music to him. Cause I had done other films after that and none of them were nearly as gratifying for me to work as a composer than Willy's stuff. Because the cinematography was so unbelievably beautiful. Ich wurde 30 und meine Mutter hat auch gedacht, so irgendwie sollte auch mal irgendjemand finden. Und dann komm ich. Wer ist sonst? Meine Mutter hat die Sonja engagiert als Model und ich war der Fotograf. Die hat mich abgeholt und hat gesagt, Hi, ich bin Willy Bogner. Und ich hab gesagt, I'm hungry. Und das, ich glaube, hat ihm sehr imponiert. Da haben wir Golfmodel fotografiert. Ich hab noch nie gehört vom Golf. Golf, was soll das? Und man merkt auch noch heute in den Fotos, dass ich so ein bisschen mit einem Mona Lisa lächel. Und da ist das passiert, ja. Das war ziemlich schnell. Da muss man sich vorstellen. Die Sonja hat inmitten dieser Dolce Vita Nummer in Rom. High life. In der großen Zeit. Der Cinecita. Number one. Clubs. Und der gut aussehenden Italiener. Glamour. Die Konkurrenz ist da sehr stark. Und dann hab ich halt relativ schnell zugeschlagen. Und Gott sei Dank hat sie auch eingebildet. Lass es krallen. Lass uns heiraten. Die 70er waren eigentlich unheimlich kreativ. Du konntest dir eigentlich alles leisten. Das war eigentlich nicht vorgegeben. Unglaublich kreativ. Und inspirierend auch. Die 70er Jahre waren natürlich so mein Einstieg. Dann auch ins Design. Und man konnte dann auch ein bisschen aerodynamischer daherkommen. Und wir haben das dann in dem Overall ganz gut umgesetzt. Was die Keilhose früher war, war der Overall eigentlich das Bogen als Zeichen. Da hab ich immer eingebildet. Ich muss was ganz besonderes machen. Und hab so etwas erfunden. Und zwar ein kleines Passettengerät. Das man mit Kopfhörern beim Skifahren tragen sollte. Ich hab das dann Skifli genannt. Und ich glaub das war mein großer Fehler. Ich hätt's Walkman nennen sollen. Von deinem Skifli. Wie viel hast du davon verkauft? Halb Stück. Genau. Ja, wir haben dann auch die große Chance ergriffen. In Amerika eine eigene Firma aufzubauen. Er hat gesagt, du. Ja, wir haben diese Firma immer in Amerika. Und ich glaub die brauchen unsere Hilfe. Meinst du? Ich sag, klar. Weil ich bin immer so. Ich mag diese Firmier-Jobs. Wir haben auch sehr interessante Leute kennengelernt. Die Kennedys und Präsident Ford. Und wirklich spannende Zeit. Er wollte immer Leberspätzle suchen. Was ist das? Wir haben in Amerika gelernt, Leberspätzle zu machen. Dann gab's noch so einen ungeheuren Glücksfall für mich. Da ruft der Produzent der Bond-Filme an. Da sollte ich eine Verfolgungsjagd auf Ski drehen. Da war sonst wenig unterwegs, was auf Ski mit 80 Stundenkilometern mit einer television-Kamera drehen konnten. Ich hab natürlich sofort zugesagt. Und dann dachte ich, mein Gott, geil. Mode, James Bond. Wer hat das gemacht? 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 Ich war damals grad auf einem totalen Höhepunkt meiner Karriere. Und er rief in Amerika an und fragte, ob ich Lust hätte, ein Lied zu schreiben für seinen neuen Film. Das war irgendwie mein neuer Skifilm. Und ich hab erstmal gesagt, nein, ich hab leider die Zeit nicht. Würde gerne. Und er hat aber nicht loslassen. Er hat immer weiter gebohrt. Er hat mich ab und zu mir angerufen. Wann bist du denn wieder mal in München? Und ich war dann auch in München. Wir sind früher, sind wir eigentlich immer Samstag den Franziskaner gegangen. Hatten wir uns an den Tisch. Und da sagt er, was ist ein Oxymoron, sagte der Willi. Und ich sagte, ein Oxymoron ist ein Widerspruch in sich. Wir haben im ARRI-Kino den Feuer-und-Eis-Film gesehen. Da war damals auch, ich erinnere mich an Hubert Burda, Harry Lindmayer und ein paar seiner Freunde auch mit, haben den Film gesehen. Damals ist Hubert Burda auch mit den Metaphern und allen Dingen daherkommen. Und ich sagte, ein Oxymoron ist zum Beispiel Feuer im Eis. Dann sagt er, im Eis ist nicht gut Feuer und Eis. Sieben Jahre vor meinem Leben, jeden Tag bei uns zuhause in München, haben die geschnallt. Das war Katarin, Petra von Ulfen und hat den Schlüssel vom Haus, weil sie konnte kommen, wann sie will. Und diese Feuer und Eis, Feuer und Eis, Feuer und Eis, Feuer und Eis. Ich konnte nicht mehr. Alle seine Filme sind Kunstwerke. Welche immer wieder aufs neue verrückte Idee er hat, irgendein noch nie dagewesenes Ding zu zeigen. Ein Film, der wäre eher in Hollywood entstanden. Hierzulande mit Sicherheit den resignierenden Kommentar erhalten hätte. So etwas können nur die Amerikaner. Der Bambi, glaube ich, ist eine Auszeichnung, der aus dem Amateur fast schon einen Profi macht. Und ich hoffe, das in meinem Film Feuer und Eis auch beweisen zu können. Der Willi ist ein Visionär. Er hat so Visionen von Sachen, die er halt sieht und dann halt auch umsetzt. Zum Beispiel ist es er, der wirklich den Snowboard-Sport extrem viel weiter gebracht hat, weil er einfach den Sport so dargestellt hat, auf einer großen Leinwand. Immer wenn ich in der weiteren Welt gegangen bin, die nicht so sportlich war, habe ich von anderen Leuten gekauft. Das war die Idee von Willi. Der hat gesagt, wieso machst du nicht deine eigene Kollektion? Ich habe gedacht, nein, schau mal, Sonja, jetzt bist du hier in dieser Welt und Leute sitzen da und applaudieren. Sie hat einen wirklich guten, intuitiven Sinn, was passieren wird. Willi und Sonja Bodner den Modepreis der Landeshauptstadt München 1994 zu verleihen. In diesem Bereich gibt es ja viele synthetische Namen. Der Glücksfall eben in der Marke ist, dass der eine ist, der die Marke lebt, zusammen mit seiner Frau. Sein ist so Bogner. Es ist wunderschön manchmal. Manchmal sage ich, hä, wir brauchen Ferien von Bogner. Wir wollten eigentlich nach Hawaii fliegen und dann hatten wir ein Problem am Zoll. Und dann, anstatt Hawaii surfen, war dann Pop-On angesagt. Mit Willi arbeiten ist immer so auch ein bisschen Zufall. Wir haben sehr viele Sachen gemacht, die wir halt einfach probiert haben. Der Willi hat dann auch gefragt, was willst du tun, was kannst du tun? Und dann hat man halt so neue Ideen gemacht, wie zum Beispiel diese Tiefschneeaufnahmen. Das sind alles Sachen, die haben wir vor Ort eigentlich so aus dem Kopf frei zusammen gemacht. Er hat diese Gabe, dass er zwar gesagt hat, du musst das nicht machen, aber du hast immer das Gefühl gehabt, du machst das trotzdem. Für mich ist ja wichtig, dieses Gefühl des Skifahrens anderen näher zu bringen. Als Kameramann sucht man natürlich die Formate, die für das Thema geeignet sind. Und dann haben wir eben diese Kamera auch wohin gebracht, wo sie normalerweise nicht unterwegs ist. Ganz feig sein, das ist wichtig. Feig sein ist überlebenswichtig. Ich habe zwar zuerst geglaubt, dass er von einer Staumauer bei einem Stausee da die Mauer runterklettert oder so. Aber das war ja das Brandenburger Tor mit dem B. Dass die Leute glaubten, das sei Berlin. Was ein Moment! Das Kammgeschäft, das wurde natürlich ganz geschickt von Willi über Film und Event marketingmäßig herausgebracht. Er ist eine Celebrity und es hilft, wenn er so Sachen macht wie das Brandenburger Tor. Das alles hilft der Marke. Der Aspekt Langeweile, der existiert in dem Unternehmen nicht. Ich suche natürlich eben auch als Filmemacher immer wieder nach Technologien, die man noch nicht so gesehen hat. Und ich finde es halt immer ganz spannend im Leben, wenn man irgendwas mit Innovation zu tun hat. Und auch diesen wahnsinnig schönen Sport mit anderen teilen kann. Der Willi war eigentlich der, der mich dahin gebracht hat, dass ich verstehe, was Skifahren sonst noch bedeutet. Ich habe vorher wirklich keine Lust gehabt, den Pulverschnitt zu fahren oder irgendwo in eine andere Gegend. Das habe ich 25 Jahre lang gar nicht anders gemacht. Es ist sehr wichtig, dass die Marke selber für die sportliche Hochwertigkeit einfach steht und das jedes Jahr neu interpretiert wird. Sei es jetzt im Film, sei es jetzt in den Jobs, im Design und so weiter. Und das ist inzwischen eine ziemlich klare Aussage geworden, dass ich die Leute unter dem Namen etwas vorstellen könnte. Wenn so eine Firma immer wieder jung bleibt, jung bleibt in ihren Ideen und in ihrer Kreativität, werde ich immer oben bleiben. Willi ist ja in Bezug auf Qualität, Detail, ein ganz penibler Mensch. Das B steht ja eigentlich für besser. Willi ist einer dieser Leute, der immer jung wird, weil er so denkt. Der Willi hat sich nie über andere erhaben gemacht oder erhoben. Ich hoffe, der Willi hört nicht so schnell auf. Ich glaube, es hat ja wahnsinnig viel Glück und wahnsinnig schöne Momente. Wenn die Gesundheit stimmt und alles so in etwa weitergeht wie das Jahr, finde ich das ganz toll.